Musik Einen wunderschönen guten Tag und schön, dass ihr eingeschaltet habt zu dieser Preview, Review, ich schaue mal, was am Ende wird und zwar stelle ich das Spiel Eos Island of Angels vor, ich habe es ja im Unboxing schon angekündigt, ein Spiel, auf das ich mich sehr gefreut habe, ich habe es auch hier schon in einem Prototypen-Stadium schon mal da gehabt zu Zeiten der Kampagne und da hat sich doch nochmal echt eine Menge getan, wie ich finde, wirklich zum Positiven und hier wollte ich euch jetzt einfach mal das Spiel vorstellen, ich wollte euch nochmal ein paar Sachen zeigen, natürlich habe ich hier die deutsche Deluxe Edition, das heißt, hier habt ihr natürlich die dickeren Komponenten, also es ist wirklich schon nochmal ein Qualitätsunterschied, ob ihr das Core Game habt oder jetzt die Deluxe Variante, Core Game, absolut super, absolut ausreichend, aber Deluxe Edition, da haben wir natürlich nochmal richtig dickes Cardboard, da haben wir natürlich nochmal die ganzen Custom Meeple und so weiter und so weiter, also da ist wirklich eine Menge drin. Ich werde euch jetzt nach Bekannten, ich nehme mal so grob das Material zeigen, da ist natürlich eine ganze Menge vorhanden, werde euch dann einmal auch grob die Key-Mechaniken erklären, denn im Grunde genommen ist das Spiel super einfach. Es gibt, wenn du dran bist, zwei Optionen, die du machen kannst, eine Bonusaktion, peng, next one please. Und das machen wir dann so lange, bis eben das Ende eingeläutet wird und dann werde ich euch nochmal sagen, wie ich das Spiel finde und für wen das Spiel auf jeden Fall etwas ist. Und damit starten wir jetzt einfach. Ganz wichtig, natürlich nochmal, solltet ihr jetzt zum ersten Mal auf diesem Kanal gelandet sein, dann abonniert den Kack einfach, damit ihr immer am Start seid, wenn solche Videos kommen, denn ich denke, da wird jetzt in Zukunft ein bisschen mehr passieren. In diesem Sinne würde ich sagen, bin ich jetzt ready for Takeoff und wünsche euch eine ganze Menge Spaß mit meiner Vorstellung von EOS Island of Angels. So, ich habe das Spiel jetzt mal exemplarisch für zwei Spieler und Spielerinnen aufgebaut, habe schon den ein oder anderen Step vorgenommen, zum Beispiel den ersten Zug. Im ersten Zug bewegt man sich nämlich hier mit seinem Schiff, also muss auf jeden Fall die Steuerfrau oder den Steuermann wählen, das heißt, dass man sich im ersten Zug auf jeden Fall erstmal auf die Map bewegt, denn ansonsten ist man erstmal draußen. Hier seht ihr direkt im Zentrum einmal das Spielfeld, super cool gestaltet, wie ich finde, mal so ein bisschen anders, nicht einfach nur quadratisch praktisch gut, sondern wir haben hier einen richtig schönen runden Spielplan. Auf der Rückseite gibt es noch den Nachtmodus, das heißt, das ist etwas, was wir noch in einem separaten Spielmodus versuchen können. Dann haben wir hier oben den Chronik-Track. Der Chronik-Track ist im Prinzip, ja, die Geschichte des Abenteuers, die wir erzählen. Und immer, wenn wir eine Chronik-Aktion durchführen, das heißt, wenn wir etwas machen, was die Geschichte erzählt, platzieren wir hier einen Marker und dann geht es hier auf jeden Fall immer fröhlich weiter, bis wir dann hinten das Ende erreichen und dementsprechend dann das Endgame getriggert wird. Je nachdem, wie viele Personen mitspielen, starten wir halt weiter vorne oder weiter hinten und dann gibt es eben noch die Endgame-Wertung. Ihr seht, da oben gibt es noch ein paar Zielkarten, es gibt manche Zielkarten, da kann man mehrfach werten, das zeige ich euch mal eben. Es gibt manche Karten, da kann man eben nur einmal werten, das heißt hier, wenn du drei Chronik-Aktionen hast, bekommst du als erster einmalig zehn Punkte oder aber, wenn du in drei Gunstgebieten jeweils einen Marker platziert hast, dann bekommst du zehn und das können theoretisch alle am Tisch durchführen. Dann haben wir hier natürlich die ganzen Karten und da zeige ich euch jetzt mal, das sind gut platziert drei verschiedene und wenn wir schon mal da sind, nehme ich auch noch das Schiff mit dazu, damit ihr hier wirklich sehen könnt, was es alles für Karten gibt. Wir haben zuallererst hier die Karten der Engel und ihr seht hier auf der Rückseite, ich kann mich dazu entscheiden, je nachdem, wenn ich den Engel erwecke, kann ich ihn entweder als Schutzengel benutzen, dann bekomme ich eben hier diese 15 Punkte und habe dann eben hier die Fähigkeit, dass ich immer einen Fluch ignorieren kann. Flüche sind eben Karten oder sind eben Fähigkeiten von den Dämonen und so kann ich halt den Engel dafür nutzen. Allerdings kann ich ihn auch für seine Fähigkeit nutzen, dann schließt er sich meiner Crew an und dann bekomme ich auch einen Engelsangriff und mit einem Engelsangriff kann ich dann auch versuchen, den Dämon zu bannen und ansonsten haben die hier noch irgendwelche Fähigkeiten, die wir freischalten können. Wir haben einmal Aktionen, wir haben passive Aktionen und Fähigkeiten, das sind die Engel. Und auch hier gibt es natürlich ganz, ganz viele mit den unterschiedlichsten Artworks, die ich natürlich als kleiner Fanboy von Felix ziemlich cool finde. Dann haben wir hier die Heldentaten. Hier ist die Heldentat, das Geisterschiff und das sehen wir auch hier gezeigt durch ein Plättchen auf dem Plan. Die werden an bestimmte Stellen gelegt und die können wir dann dort eben ausführen. Und wenn wir hier die Heldentat geschafft haben, dann bekommen wir eben hier die Überreste des größten Kriegers und auch hier bekommen wir eine Zusatzaktion. Das heißt, damit können wir uns hinten raus nochmal upgraden. Dann haben wir noch die Dämonen bzw. die Flüche. Hier haben wir Amban der Goldschmelzer. Und solange der auf dem Feld ist, gilt eben hier unten global für alle der Fluch. Und den können wir natürlich dann, wenn wir einen Schutzengel haben, ignorieren. Oder aber wenn wir halt den Dämonen gebannt haben, dann ist der Fluch auch weg. Und zu guter Letzt hat natürlich jede Person noch ein Schiff. Und hier haben wir zum Beispiel die HQS Ophelia. Ophelia und es ist eben so, dass hier die Q drauf steht. Und hier sehen wir noch unseren Goldvorrat, unseren Startbonus. Wichtig ja hier, dass wir ein asymmetrisches Spiel haben. Bedeutet hier, die Schiffe sind anders. Jede Fraktion hat andere Fähigkeiten, hat andere Goodies, um eben das Spiel zu bestreiten. Dann haben wir eben hier auch noch diese Plättchen. Das kann ich euch auch nochmal im Detail zeigen. Also wir haben eben hier die Dämonenplättchen. Und das ist Quaranawan. Gibt es eben dann auch als Fluch, wenn der reinkommt. Es wird halt vorher festgelegt durch eben diese Token hier. In welcher Region als nächstes der Dämon spawnt. Und wenn er dort spawnt, dann gehen natürlich auch die Heldentaten kaputt. Das heißt, da muss man schon gucken, das ist auf dem Spielplan schon markiert, wo er landet. Also mit diesem Marker sieht man schon vorher, aha, in der Region kommt der nächste Dämon. Und vielleicht sollte man die Heldentat dort beschreiten, denn wenn der da ist, ist sie eben weg. Und da sieht man auch hier oben, was man halt machen muss, um eben auf dieses Feld zu kommen. Und das ist natürlich etwas, was der Dämon eben von uns klaut oder uns zerstört, weil es einen Kampf gibt. Und hinten raus dann halt, wenn ich diesen Engelsangriff durchführe, bekomme ich natürlich nochmal einen Bonus, den ich abhandeln kann. Eben das gleiche Prinzip auch hier. Hier oben seht ihr immer, was ich ausführen muss, um dieses Feld betreten zu können. Und hier unten sehe ich dann, was passiert, wenn ich eben dort diese Heldentat erfolgreich hinter mich gebracht habe. Wie gerade schon erwähnt, das sind Marker, wo er platziert wird. Dann haben wir hier die wirklich sehr, sehr schönen Miepel. Das sind die Engelsmiepel. Wir haben die Custom Miepel für eben die Schiffe, für den Dämon. Es gibt noch verschiedene Anzeiger für eben die Ruhmesleiste. Dann haben wir hier oben Verbesserungen. Wir können einmal pro Zug, können wir halt eine Verbesserung eben bauen. Und auch hier, damit wir uns jetzt die nächsten Karten nochmal angucken, ihr seht es hier. Das sind Verbesserungskarten. Und es gibt Karten, die eben direkt von der Fraktion sind. Die sind fraktionsspezifisch, auch was die Abenteuerkarten angeht. Die gibt es natürlich auch nochmal random. Das heißt, ich kann hier von so einem Stapel natürlich auch noch so eine Karte ziehen. Oder eben dann eine Random-Verbesserung vom Markt. Und da seht ihr hier die Verbesserungen. Das können die verschiedensten Arten sein. Zum Beispiel hier kann ich irgendwie mein Schiff verbessern. Es gibt nochmal Verbesserungen, die ich auch an meine Personen legen kann. Und so weiter und so weiter. Das heißt, ich kann meine Charaktere upgraden. Ich kann das Schiff upgraden. Je nachdem, was eben die Karte sagt. Oh, ich hoffe, ihr habt es jetzt richtig gesehen. Da kann ich hier zum Beispiel Sergeant Linné Avoloné. Das ist eben die Steuerfrau. Und die kann ich halt hier durch upgraden. Das hier oben zahle ich. Entweder muss ich die 50 Münzen zahlen. Oder ich kann halt hier so eine Upgrade-Aktion machen. Und dann passiert eben diese Fähigkeit. Das heißt, ich lege das unten an die Person an. Und dann haben wir halt noch die Abenteuerkarten. Jede Abenteuerkarte, die ich gespielt habe, ist am Ende zwei Punkte wert. Und da habe ich natürlich auch die Möglichkeit, hier über das Rift zu spielen. Das heißt, kostet mich 15 Münzen und einen von diesen Punkten. Und dafür kann ich mich dann mit einer Geschwindigkeit von fünf Feldern bewegen. Oder beziehungsweise fünf plus die Geschwindigkeit, die ich eben habe. Also sehr, sehr schnell. Und da seht ihr auch dann hier, das Ganze nochmal auf verschiedene Personen und Charaktere bezogen. Dann gibt es natürlich noch hier weitere Abenteuerkarten. Es gibt Schildmarker, die kann ich platzieren, womit ich eben Dämonen abwehren kann. Dann gibt es den Schicksalswürfel, den ich würfeln kann. Und es gibt noch Ereigniskarten. Und die Ereigniskarten bringen auch einen Bonus für die Person, die die Ereigniskarte getriggert hat. Dann gibt es meistens noch eine Bedingung. Wer am meisten oder am wenigsten hat, bekommt nochmal etwas. Und dann gibt es auch nochmal ein Ereignis, was für alle stattfindet. Zu guter Letzt ist es eben so, wir haben die Playerboards mit dem ganzen Spielermaterial. Hier oben gibt es die Schutzleiste. Das finde ich eine ganz nette Mechanik. Die kann ich hier eben in diese einzelnen Zacken weiterschieben. Und je nachdem, wo sie ist, habe ich halt mehrere Dämonen, die ich schützen kann, die am Ende keine Minuspunkte bringen. Dann gibt es natürlich die unterschiedlichen Charaktere, die unterschiedliche Fähigkeiten haben. Und natürlich auch das Schiff. Hier kann ich upgraden, ich kann die Moral steigern. Dann passiert noch irgendwas. Und dann gibt es durchaus noch Fraktionen, wie eben die Kwananen. Die haben dann auch nochmal so zusätzliche Karten, wie den Kraken. Hier kann ich, wie der Kraken halt gespielt wird. Dann haben sie nochmal ein zusätzliches Schiff, was sie steuern, was sich über die Meere bewegt. Und somit eben das Ganze nochmal unterstützt. Und was natürlich nicht fehlen darf, ist, es gibt eine wunderschöne Playerhade. Ich bin ein riesen Fan von Playerhades. Ich weiß nicht, warum es nicht viel mehr Leute machen. Hier vorne seht ihr alle Dämonenfürsten. Hier seht ihr alle Engel. Hier ist dann einmal der Spielzug drin. Und alle Icons. Und dann wirklich, wirklich zu guter Letzt noch einmal die Schiffe, damit ich es euch wirklich nochmal zeigen kann. Also ihr seht hier bei den Schiffen einmal den Startbonus, das Gold. Und eben hier oben ist die Crew platziert. Und das ist gleich ganz wichtig für den Spielzug. Denn ich habe zwei Möglichkeiten. Ich kann eine Aktion machen. Oder aber, also das Ganze nennt sich dann, nur mal nachschlagen, das Ganze nennt sich entweder eine Arbeiteraktion oder eine Auffrischenaktion. Und das erkläre ich euch jetzt, wenn ich euch einmal kurz die Spielmechaniken zeige. Jetzt habe ich euch schon einmal das gesamte Material gezeigt. Dann sind noch Gunstmarke, die ich euch jetzt vergessen habe zu zeigen. Dann gibt es noch Stärkemarke, die ich euch jetzt vergessen habe zu zeigen. Die brauche ich noch für diese, die Engel, die ich dann erwecken kann. Da muss ich halt sogenannte Gunstmarke dafür haben. Habe ich leider jetzt vergessen, die Kamera zu halten. Aber das ist einmal das Material. Jetzt kommen wir einmal zum Gameplay. Und das Gameplay hat wirklich einen super einfachen Flow. Wenn ich dran bin, kann ich entweder eine Arbeiteraktion machen. Das heißt, ich nehme eben einmal meinen Worker, setze ihn auf einem Feld ein. Bedeutet entweder bei meiner Crew oder wenn ich irgendwelche anderen Sachen noch vorbereitet habe. Es gibt eben fünf Worker, die ich habe. Das heißt, theoretisch kann ich jeden meiner Crewmitglieder, jedes meiner Crewmitglieder einmal aktivieren. Es gibt durchaus Fähigkeiten, womit ich ein aktiviertes Crewmitglied noch ein zweites Mal nutzen kann. Aber grundsätzlich nur einmal. Die zweite Aktion ist eine Auffrischungsaktion. Das heißt, wenn ich jetzt merke, die anderen bringen jetzt gerade nichts oder ich habe alle meine Worker eingesetzt. Also wenn ich sie alle eingesetzt habe, muss ich es machen. Ansonsten kann ich jederzeit, wenn ich mindestens einen Worker eingesetzt habe, sagen, nee, ich mache jetzt eine Auffrischaktion. Und wie die beiden Aktionen sich jetzt funktionieren, das erkläre ich euch jetzt. Das Spannende ist aber, dass die Hauptaktionen alle durch Ikonografien und Symbole getriggert werden. Das bedeutet, immer wenn ich einen Worker einsetze, sehe ich unten drunter die Symboliken. Und diese Symboliken funktionieren im gesamten Spiel immer identisch. Bedeutet, ob ich jetzt in meinem Schiff ein Symbol besegele, was hier auf der Map ist. Ob ich jetzt ein Symbol ausspiele, was auf einer Karte ist. Oder aber, ob ich es wirklich über den Worker freischalte. Immer identisch. Das heißt eigentlich, und das ist ein ganz cooles Ding, werden die Aktionen durch Symbole dargestellt. Und nicht einfach nur durch einzelne Felder, wo ich sage, okay, ich setze den Worker auf dieses Workerfeld ein und dann passiert diese Aktion. Denn diese Aktion, die gibt es überall. Und wie das jetzt aussieht, da gucken wir uns ein bisschen im Detail an. So, ich habe jetzt gerade erklärt, es gibt einmal die Worker, also die Arbeiteraktion, einmal die Auffrischaktion. Nehmen wir jetzt mal an, ich bin hier im Königreich von Mespan. Das heißt, ich mache jetzt eine Arbeiteraktion. Das heißt, ich nehme immer den Worker, der am weitesten rechts auf meinem Schiff steht, und setze ihn hier irgendwo ein. Nehmen wir mal an, ich gehe hier zur Schatzmeisterin. Das heißt, ich setze den Arbeiter hier drauf, trigger dann das, was hier unten ist. Und da gibt es nochmal eine kleine Besonderheit, denn ich kann diese Worker, kann ja diese Crewmitglieder auch upgraden. Und das hat dann auch einen Einfluss auf die Aktion. So, hier habt ihr jetzt nochmal ein Playerboard im Detail. Und ihr seht eben, hier oben die Zacken, ja, da kann ich eben dann die Leiste dran setzen. Hier track ich immer meine Stärke und wie viele Dämonen halt drauf sind. Dann ist es so, dass ihr hier die einzelnen Crewmitglieder habt. Und ihr seht hier, wenn ich die Moral hebe durch eine gewisse Aktion, kann ich das tun. Dann lege ich diesen Marker ein nach oben und kann sofort diese Aktion hier ausführen. Also hier zum Beispiel kann ich dann einmal den Schicksalswürfel werfen zum Beispiel. Also die Cousinen, sie sind sehr fokussiert auf eben diesen Schicksalswürfel und am Ende halt auf das Ausbauen des Schiffs. So, hier unten seht ihr, dann gibt es verschiedene Ränge. Jeder fängt mit dem einfachsten Rang an und hat dementsprechend hier einen schwarzen Stein drin. Immer wenn ich eine Aufwertung oder eine Beförderung vornehme, schiebe ich diesen Cube, diesen Stein ein weiter nach links. Und dann ist es eben so, dass ich, wenn ich jetzt die Aktion ausführe, beispielsweise eben, ich aktiviere die Steuerfrau, dann kann ich mich entscheiden, hier, okay, ich zahle diese 15 Münzen und dann darf ich alles, was rechts daneben ist, darf ich machen. Ich kann auch, wenn ich hier bin, kann ich auch sagen, na komm, ich mache hier nur diese Aktion und nehme nur das daneben. Also bedeutet, wenn ich eigentlich hier bin, könnte ich anstatt der 30 Münzen und die komplette Aktion zu zahlen, kann ich auch 15 zahlen und das hier machen. Aber ansonsten determiniert im Prinzip der Rang, was ich mit dieser Person, mit diesem Charakter eben machen kann. Ich könnte dann zum Beispiel sagen, ich zahle sie 30 Münzen, werfe einmal den Schicksalswürfel und dann halt sieht man hier, dass es hier ein Feld bewegen, also es ist die Grundbewegung und das ist die zusätzliche Geschwindigkeit. Bedeutet, in diesem Fall könnte ich dann den Schicksalswürfel werfen und mich einmal um drei Felder mit dem Schiff bewegen. Und hier ist es dann so, jedes Feld, was ich betrete, dann nehme ich das mit, was dort drauf passiert. Das heißt, hier würde ich dann zwei Dämonen, vier Dämonen, hätte schon sechs Dämonen direkt eingesammelt. Das heißt, da muss man wirklich so ein bisschen schauen, was macht man hier. Da ist wirklich die ganze Zeit Struggle, denn ihr wisst von der Story, also von der Story ist es eben so, dass eben diese Engel hier sind. Und ihr seht, dass hier diese ganzen Dämonen eben um diese Insel herumfliegen und eben dafür Sorge tragen möchten, dass diese Engel nicht mehr erwachen. Und dementsprechend überall, wo wir hier durchfahren, werden wir mit Dämonen konfrontiert. Es gibt mal mehr, mal weniger und dann können wir natürlich auch hier am Rande, können wir auch noch zusätzliche Felder einmal finden. Also wenn wir hier wirklich zu Beginn irgendwo starten, das sind so die Inseln, von denen wir reinkommen. Da kriegen wir natürlich nochmal einen anderen Bonus. Aber grundsätzlich jedes Feld, was wir betreten, da bekommen wir eben dann das, was dort draufsteht. Es gibt noch ein Sonderfeld hier. Hier, das ist eben die Passage, ich komme hier zum mittleren See nur, wenn ich ein gewisses Upgrade freigeschaltet habe, dann kann ich hier durchsegeln, durch die Insel durch. Ansonsten geht es erstmal nicht. Das heißt, Worker-Aktion, glaube ich, verstanden. Ja, ich kann hier die Schatzmeisterin, da nehme ich mir jetzt in dem Falle, bin ich aktuell am Anfang, dann kriege ich einfach nur 30 Gold, schiebe das hier beiseite. Dann wären die Kwananen dran. Und die Kwananen könnten zum Beispiel sagen, so, yo, alles klar, ich nutze hier erstmal den ersten Offizier. Also der erste Offizier hat immer bei jeder Crew eine Sonderaktion. Und bei den Kwananen könnte man sagen, alles klar, ich nutze die erste Offizierin, Chang'u. Und da ist aktuell auf Rang 1 eben entfessel den Kraken. Und dann kann ich halt hier den Kraken einmal benutzen und kann eben sagen, ich bewege ihn in entweder zwei Gebiete oder ich befriede das Gebiet. Und Befrieden besagt nichts anderes als das eben, also der Kraken, muss man ja sagen, ist ein riesen Viech. Ich würde ihn jetzt mal zwei Felder weit bewegen. Das heißt, der würde jetzt vielleicht mal hier eins oder würde einfach mal hier hingehen, weil hier ja schon fünf Dämonen sind, so. Und Befrieden würde bedeuten, dass ich hier einen Marker drauflege und dann löscht er im Prinzip hier die Dämonen. Und dafür bekomme ich dann einmal Ruhm. Das heißt, ich muss einmal rein, lege mich mit denen an und wenn ich es befriede, habe ich eigentlich halt die Dämonen dort besiegt. Und habe dadurch auch eine Ruhmesquelle. Wichtig ist, dass der Kraken, der hat jetzt eine Sonderregel. Das heißt, der erhält niemals Dämonen, egal aus welcher Quelle. Das heißt, der ist halt kein Schiff, der segelt hier einfach allein durch die Gegend. Aber der kann eben natürlich für uns nochmal Siegpunkte generieren. Wenn ich dann eine beliebige Anzahl an Worker eingesetzt habe, kann ich mich dazu entscheiden zu sagen, jetzt mache ich eine Auffrischungsaktion. Dann hole ich alle meine Worker von links nach rechts zurück. Und ich kann hier diese ganzen Boni dann einmal ausfüllen. Das heißt, ich könnte jetzt hier sagen, ich mache einmal, hebe einmal die Moral. Das heißt, ich könnte jetzt sagen, okay, hier machen wir die Schatzmeisterin. Ich bin momentan ein bisschen auf Gold aus, dann bekomme ich hier Gold. Und dann kann ich sagen, das kann ich auch eine beliebige Reihenfolge machen. Dann kann ich hier sagen, ich erhalte Stärke. Da kann ich dann Dämonen besiegen oder halt meine Stärke schon mal vorbereiten fürs Kämpfen später. Und hier könnte ich halt auch eben dann nochmal eine Abenteuerkarte spielen. Jetzt habt ihr einmal den Gameflow gesehen. Ansonsten, was kann ich machen? Ich kann hier oben meinen, zum Beispiel die Kriegerin, die kann hier oben den Schutz erhöhen, dass ich mehr Dämonen tragen kann. Ich kann eben Dämonen besiegen. Ich kann hier mich upgraden. Ich kann das Schiff bewegen. Ich kann Abenteuerkarten bekommen. Ich kann halt den Rang erhöhen. Ich kann Stärke erhalten. Ich kann segeln. Ich kann befrieden. Ich kann eine ganze Menge machen. Ich kann Abenteuerkarten spielen. Ich kann die Engel erwecken. Ich kann diese Abenteuer machen. Ich kann Ziele erreichen, Ereignisse triggern. Das ist das Ganze, was im Spiel platziert. Da möchte ich wirklich jetzt gar nicht mega im Detail aufgehen. Wichtig nochmal zusammenfassend. Entweder Worker oder Auffrischen. Und der Rest wird eben getriggert durch alles, was hier drauf ist. Immer wenn eine Chronikaktion durchgeführt wird, dann wird hier oben Marker platziert. Und hinten raus, wenn wir dann im Zielbereich sind, dann wird das Endgame eingeläutet. Das heißt, sobald der Track voll ist, spielen alle anderen nochmal einen letzten Zug, damit eben alle gleich viele Züge gemacht haben. Und dann endet das Spiel. Soviel zum Gameflow. Und jetzt bekommt er von mir nochmal ein kleines Fazit dazu. Also, ich persönlich habe ja wirklich auf EOS Island of Angels gewartet. Warum? Ich finde das Artwork und das Material super geil. Also, die Deluxe-Version hat richtig fettes Cardboard. Ich kann natürlich jetzt zur Retail-Version nichts sagen. Zumindest das, was ich kurz gesehen hatte, war auch vollkommen in Ordnung. Ich hatte sie einmal kurz hier, weil sie bei Englisch habe ich sie wieder rausgeschickt. Das war halt Standard, so wie man es eigentlich erwartet, wo man von ausgeht. Und hier haben wir wirklich richtig, richtig dickes Cardboard. Die Meeple sehen unfassbar cool aus. Auch hier wieder mal ein Beweis. Ich weiß, ich bin ein kleiner Miniaturen-Fanboy. Aber der Beweis, dass man wirklich auch mit schönen Meeple eine geile Spielerfahrung haben kann. Allgemein, wie gesagt, das Material super cool. Die Mechaniken. Ich bin ja jemand, der wirklich auf Asymmetrie steht. Ich finde Asymmetrie genial. Es ist natürlich immer ein kleiner Balanceakt, das dann zu balancen. Wenn es dann aber funktioniert, ist super. Und hier, es ist wirklich cool gelungen. Man hat ein gesundes Maß an Asymmetrie. Nicht zu viel, dass man irgendwie komplett durcheinander kommt. So wie es bei manchen Spielen ist, wenn man sagt, ich muss jetzt erstmal gucken, was du so kannst. Und dann kann ich gucken, was ich. Und dann muss ich ja noch wissen, was du kannst und du kannst. Das ist gar nicht so wichtig. Man muss sich viel mehr damit beschäftigen, was man selber halt kann. Wenn man attackiert sich hier nicht irgendwie gegenseitig. Man nimmt sich halt Felder weg. Man versucht sich, die Engel zu erwecken. Und jeder segelt halt hier so ein bisschen durch die Gegend. Und natürlich gibt es manche Karten, die sich irgendwie darauf beziehen, dass halt auch jemand, der vielleicht am meisten oder am wenigsten hat, nochmal irgendwie was trifft. Aber ansonsten, ja, muss man eben gucken, dass man schneller ist. Das ist so ein bisschen so ein Wettrennen. Und welche Strategie fährst du? Oh nein, du willst jetzt da zur hellen Tat. Dann muss ich gucken, dass ich schneller da bin als du. Das ist eher so das Ding. Und dann gibt es eben ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten, auch Punkte zu sammeln. Das Spiel ist halt wirklich eine einfach strukturierte Grundversion. Das heißt wirklich dieses, und das finde ich auch cool, das seht ihr auch hier nochmal drin, also einfach dieses Arbeiter oder eben Auffrischen. Ich kann selber meinen Pace im Prinzip planen, möchte ich jetzt, na okay, komm, ich, keine Ahnung, setze den ersten Offizier, danach frische ich auf. Danach mache ich Quartier und frische auf. Kann dann die ganze Zeit Abenteuerkarten spielen, es passiert halt trotzdem irgendwie was. Also ich kann selber entscheiden, wie ich wann was tue. Und das finde ich schon mal mega cool. Dann ist es halt auch schön, wie sich die Sachen bedingen. Ich habe ja durchaus auch eine der ersten Versionen noch mitgemacht und das Material wurde nochmal gestreamlined. Es ist wirklich überschaubar, dass man damit klarkommt, man wird nicht überfrachtet. Und ich mag es, dass der Fluch irgendwie alle behindert. Das kann natürlich auch sein, wenn ich, und das so ein bisschen minimal, auch nochmal Zusatzinteraktion, wenn ich natürlich sehe, okay, ich habe einen Schutzengel, mich interessiert der Fluch gar nicht, lasse ich da. Vielleicht brauche ich den aktuell gar nicht, ich fliege eher woanders rum, kümmere ich mich erstmal später drum. Oder ich bin zwar ziehe und könnte zwar hier die Heldentat platt machen, aber ich bin weit vorne. Und dann kann jemand anders sie nicht mehr erfüllen. Die Wahl bei den Engeln, auch thematisch. Wird es ein Schutzengel oder hilft er mir, unterstützt er mich, kann ich einen Engelsangriff nutzen. Kleines Random-Element nochmal durch den Würfel, ja, dass ich sagen kann, okay, ich bekomme jetzt hier irgendwie nochmal 10 Münzen. Oder bekomme einen Dämon. Auch das finde ich schick gemacht. Also, für mich ist es rundum ein Spiel, wo sich das Warten wirklich gelohnt hat. Und ich freue mich jetzt schon riesig darauf, dass ich dann in Essen meine ganz, ganz finale Version endlich mitnehmen kann. Ich kann es euch wirklich empfehlen. Für wen ist das Spiel etwas? Also, draufgedruckt ist ab 14 Jahren circa 30 Minuten pro Person. Und ich denke, das kommt auch hin. Für wen ist es nichts? Es ist nichts für Leute, die eine exorbitant hohe Player-Interaktion brauchen. Die wirklich sagen, wenn du mit deinem Schiff da rumsegelst, dann will ich dich auch jetzt attackieren. Und dann will ich da jetzt irgendwie dich angreifen und so weiter und so fort. Es gibt jetzt keine Aktion, wo man wirklich sagen kann, man attackiert den anderen Spieler, die andere Spielerin. Aber, für wen ist es was? Für Leute, die ein schönes Abenteuerspiel mögen. Die Bock haben, so ein bisschen thematisch dieses Piraten-Segel-Thema zu haben. Die auf Asymmetrie stehen. Die sagen, okay, ich finde es cool, wenn jeder so ein bisschen was anderes kann. Wie gesagt, es ist nicht zu überfrachtet. Es ist wirklich nicht so, dass ihr jetzt alle anderen Fraktionen kennen müsst. Auf gar keinen Fall. Sucht euch eine aus, auf die ihr Bock habt. Legt los, segelt los und gönnt euch einfach eine richtig coole Partie. Und deswegen ist es für mich definitiv eine Empfehlung wert. Guckt es euch an. Wie gesagt, ihr steht auf Asymmetrie, cooles Artwork, cooles Material. Ihr müsst das Thema natürlich mögen. Dann guckt es euch an, wenn ihr auf maximale Konfrontation und ganz, ganz hohe Player-Interaction steht. Dann ist es auf jeden Fall nichts für euch. Dann lasst eher die Finger davon. Und ansonsten, ja, schaut es euch wirklich, wirklich an. In Essen wird es da sein. Zumindest ist das jetzt die Aussage. Kann ich wirklich nur empfehlen. Ich wiederhole mich ja jetzt die ganze Zeit. Aber schaut es euch wirklich an. In diesem Sinne bin ich fertig. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt einen Überblick bekommen, was das Spiel macht, was es kann, wie es aussieht. Und ich bin halt ein kleiner Fanboy von seinem Artwork. Was soll ich machen? Ich sitze hier die ganze Zeit davor und immer so, boah, wie geil ist das denn? Boah, wie cool. Die Playerboards sehen auch geil aus. Die einzelnen Charakter sehen einfach cool aus. Und bevor ich jetzt wieder ins Schwärmen komme, bin ich wirklich fertig für heute. Kommentiert das Video natürlich gerne. Was sagt ihr zu dem Spiel, zu dem Material? Seid ihr drin? Freut ihr euch drauf? Guckt es euch jetzt spätestens jetzt in Essen an. Kommentiert das Video. Vor allem kommentiert es wieder, wenn ihr das erste Mal am Start seid. Und vor allem abonniert den Kanal. Ich wiederhole es gerne. Damit unterstützt ihr mich natürlich. Und dann seid ihr immer am Start, wenn was Neues kommt. Vor allem, wenn ihr auch die Glocke aktiviert. Und ansonsten bin ich raus für heute. Ich sage immer, bleibt sauber und gesund. Zockt fleißig einen weg. Wir sehen uns hoffentlich in Essen, denn jetzt wird es langsam ernst. Und ansonsten bis bald. Haut rein. Euer Potti.